Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Project HiRise. Ja, liebe Freunde, es tut mir sehr leid, dass ihr das letzte Mal ohne Ton erleben musstet, aber wir laden dieses Spiel jetzt. Ja, das müsste das hier sein. Wir laden das und spielen das und es tut mir echt leid, dass ihr den Ton nicht gehört habt. Wir haben das Szenario gestartet. Es läuft relativ gut, wir haben aber noch nicht viel erreicht. Ich habe mich zwischendurch ein bisschen blöd angestellt, aber naja, was soll ich sagen, ich bin auch nur ein Noob. Also wir stellen direkt mal schneller. Okay. Okay, jetzt geht's wieder. So und wir bauen hier mal noch zwei große hin. Was bauen wir da rein? Haushaltsgeräte und Hand- und Aktentaschen. Achso, habe ich den Stromanschluss vergessen? Oh. Schnell nachmachen. Ich bin auch echt ein Noob. So. Strom, 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 Strom. Strom, 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 Telefon, 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 Tele Jo, das haben wir. Sehr gut. Ja, die passt dann noch rein. Passt dann noch klein rein? Nein. Okay, dann machen wir da. Das passt da leider nicht mehr rein. Okay, also. Da kommt das rein. Da kommt das rein. Machen wir aber. Ne, das sieht scheiße aus. Was machen wir? Ne. Machen wir so. Und. Wobei, da können wir eigentlich voll in Talend. So, Abfall bei Eimer reinhauen. Abfall bei Eimer. Ne? Abfall bei Eimer. Man. So. So. Das können wir später machen. Aber wir können mal größere Büros reinbauen. So, da bauen wir auch wieder was Schönes hin. So. So. Okay, ich brauche mehr mittlere Restaurants. Also da. 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 So. Ne Pizzeria, die am besten auch abends arbeitet. Das ist gut. Salat und Hotbar. Ja, lassen wir so. Oh. Okay, so. Mittelgroße Büros. Gut, dann mache ich ja alles richtig, hoffentlich. Gut, dann mache ich ja alles richtig. So, erstmal ein paar Kreativbüros, weil die am meisten Kohle bringen. So. 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 Amen. Eine Drogerie. Okay, ich brauche einen größeren Lagerraum. So. 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 Jetzt brauche ich aber noch ein mittelgroßes Restaurant. ein bisschen mehr. So. 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 Kreativ. So. Ihr habt doch jetzt schon einen zweiten. So. Ihr könnt mal renovieren gehen. agerie. almost Äh. Was? Was? Langsam! Ich wusste gar nicht, dass die großen Büros auch Wasser brauchen, also vielleicht liegt das auch daran, dass die alle abhauen möchten. Weil Tim will hier total verkackt. So. Warum? Ich hab alles gemacht. Na ja, dann können wir jetzt ja wieder hier weiter bauen. Wir brauchen 15 Etagen, also bauen wir, haben wir gerade gebaut, 15 Etagen. Sehr schön. Fahrstuhl. So. 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 Sorry. So. So. Jetzt brauchen wir so ein kleines Büro. Ist da gerade ein Restaurant abgehauen? Ich glaub's ja wohl nicht. Durch die Chancen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wunderbest, wir kommen ein bisschen voran. Errungenschaft freigeschaltet, das Ansehen steigt, sehr schön. Hm, was hatte ich denn da drin? Okay, ein großes Geschäft hatte ich da drin. Die Frage ist was. Die Frage ist was. Wunderbar. So kann's weitergehen. Was hast du? Computer und IT-Service benötigt. Na dann. Können wir hier unten eigentlich auch mal erweitern, weil der Service wird demnächst mehr werden müssen. Geh weg. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, also ich würde sagen, nachdem die hier oben erstmal so weiterbauen müssen und ich grad... Ach, leck mich doch, dass ihr da abhaut. Also würde ich sagen, wir speichern grad erstmal. Aktuelles Spiel speichern, dahin speichern. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Eure Simbletech. Bye bye, little baddies.